Da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nina. Mir gegenüber sitzt die zauberhafte Lotta. Ihr da draußen, ihr fragt euch jetzt, wieso machen die zwei den Podcast? Was ist deren Berechtigung? Gute Frage. Unsere Berechtigung ist. Das fragen wir uns auch oft. Ich frage mich das nicht, weil ich weiß, was unsere Berechtigung ist. Wir sind einfach fucking unterhaltsam. It's a fact. Und weil wir so unterhaltsam sind und viele Leute nicht unterhaltsam sind, haben wir uns gedacht, wir geben etwas ab von unserer Gabe. Wir machen einen Podcast, den sich andere Menschen anhören können, wo sie sich übernehmen können, was wir so inhaltlich erzählen, also Geschichten übernehmen können, aber auch einfach die Art und Weise, wie wir sind, übernehmen können. Weil das die Welt zu einem deutlich besseren Ort machen würde. Und heute ganz besonders, wir spielen ja auch in der Band, in der Band Blond. Und wir machen auch, weil das ist natürlich ein richtig gutes Thema für alle möglichen Smalltalk-Situationen oder so, wenn man denkt, okay, ich möchte meinen Schwarm beeindrucken. Was sage ich denn? Man kann immer punkten mit einem tollen Wissen über die Formation Blond. Und damit ihr dieses Wissen habt, ausreichend Wissen über die Band habt, machen wir hier diesen Podcast und haben immer diese Special-Folgen und zwar die sogenannten Band-Geschichte-Folgen. Und die haben wir jetzt sehr lange nicht gemacht. Wir waren ein bisschen nachlässig. Wir haben das quasi vergessen. Und deswegen, ich glaube auch deswegen, war die letzte Folge so chaotisch, weil wir so, wir haben das körperlich schon gespürt, dass da schon längst was anderes hätte drankommen müssen. Und heute ist es mal wieder soweit. Wir machen eine Band-Geschichte-Folge. Wir erzählen euch, was bei uns so abgegangen ist. In unserer Karriere. Genau. Heute ist die Folge 18, Band-Geschichte-Folge 18. Ja. Part 18. Krank. Krank. Also es gibt schon 17 andere. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört es lieber chronologisch, sonst kommt ihr durcheinander. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in unsere grandiose Karriere. Und weil wir immer so viel zu jedem einzelnen Auftritt erzählen, oder oft, befinden wir uns trotz 17 schon aufgenommener Folgen immer noch im Jahr 2018. Ist mir aufgefallen. Ja. Ende, aber ja. Ob wir jemals, holen wir die Zeit irgendwann ein? Ich denke schon. Ich denke schon. Ich weiß nicht so richtig. Weil wir erleben ja unfassbar viel. Ja, aber ich hoffe halt, ich weiß nicht so, ja gut. Ich glaube, ja, ich hoffe, dass es nicht passiert. Weil irgendwie ist es auch immer cool, nochmal so einen kleinen Recap zu machen. Mir gefällt es gut. Die letzte Folge, die haben wir geendet mit dem Konzert im Shee Heinz am 24.10.2018. Und danach ging es weiter im? Nach Münster im Sputnik Café. Und ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Das passiert bei Bandgeschichte sehr oft. Ich weiß nichts über diesen Tag. Gar nichts. Ich habe mir gestern die Story, die wir bei Instagram hatten, angeguckt. Ich habe den Club gesehen. Und ich hätte, du könntest mich jetzt in den Club stellen. Und ich würde sagen, ich war hier noch nie in meinem Leben. Glaube ich. Nee, also an den Club erinnere ich mich. Wir waren dieses Jahr übrigens oft in Münster. Und Münster ist übrigens geil und so. Und ich wusste nicht, dass ich schon mal in Münster war vorher. Und dann habe ich gestern so gelesen, war so, ja lol, da waren wir schon mal in Münster. Ich weiß es einfach nicht mehr. Kann mich nicht erinnern. Was war denn da? Wir sind ein Tretboot gefahren. Mehr weiß ich auch nicht. Vom Auftritt weiß ich gar nichts. Ich weiß aber, wie der Club aussah. Egal. Dann gehen wir einfach weiter. Nach Düsseldorf ins, ich glaube, FFT. Ja. FFT mit freundlichen Grüßen oder sowas. Und dort in Düsseldorf. Johann raucht immer auf der Bühne. Ja. Und das ist Teil unserer Performance. Performance. Ja. Dass er raucht. Teil auch von seinem Image. Wir machen immer noch Rockmusik. Das war so, da waren, in dem Club war Rauchen strengstens untersagt. Aber natürlich, weil das Teil der Performance ist, wird trotzdem ordentlich eine durchgezogen bei Johann Trüben. Auf der Bühne, ja. Zum letzten Song oder so. Ich glaube, er raucht immer drei oder so. Das ist wirklich Teil des Sets. Weil er macht, er hat eine genaue Anzahl an Kippen, die sind auch vorgedreht. Die liegen in seinem Rack. Und er raucht zu jedem, also bei jedem Konzert in demselben Minuten, zu den selben Songs eine Kippe. Ja. Ist einfach wichtig, weil, das lässt er sich auch nicht nehmen. Hat er damals, 2018, in Düsseldorf auch gemacht und hat danach einen fiesen Anschiss vom Veranstalter gekriegt. Ja. Da gab es richtig Ärger, dass Johann geraucht hat. Da hat er richtige Ohren langgezogen bekommen. Ich hab, ich hab, ich hab, ich, das ist ja, schon oft passiert. Auf jeden Fall. Und ich finde das auch immer geil, weil die sagen das natürlich vorher dem Tourmanagement und so. Und das Tourmanagement gibt es natürlich auch immer weiter an Johann. Aber was der Johann dann auf der Bühne macht, das hat natürlich niemand so richtig in der Hand. Da kannst du ihn nicht stoppen. Du kannst ihn nicht stoppen, wenn er einen rauchen will. Das ist so eine fucking Legende. Wenn er rauchen will, dann macht er das einfach. Das ist dem, da scheißt er richtig auf die Regeln. Ja, also das ist auch so ein bisschen, weißt du, das ist so unser Rock'n'Roll. Ja, das ist auch ein bisschen, hier kann er nicht zu glatt sein. Da wird einfach mal geraucht, obwohl er nicht rauchen darf. Ja. Und das war damals, 2018, glaube ich, in einem Moment, da waren wir, das war so eine kleine Tour, glaube ich, die wir da gemacht haben. Da sind wir mit unserem Auto gefahren, mit unserem Bus, mit dem Rexi. Ja. Schön mit dem T4. Da war alles komplett drin. Das war noch nicht der Rex, glaube ich. Ich glaube, es war noch ein anderer T4. Nee, das war der. Doch, es gibt Fotos. Sicher? Ja. Ist das der Rexi schon? Ja, das war der Rexi. Sicher? Ja. Hm. Der ist, 2018 hat er uns schon begleitet. Ja, wir müssen mal gucken, wann genau der in unser Leben kam. Ich hab das auf Fotos, dass es der Rexi war. Aber unsere gesamte Backline war hinten in dem T4 drin. Also, dass das da reingepasst hat, überhaupt. Wir waren bestimmt auch unfassbar doll überladen. Ja. Aber, ja, deswegen, wir haben auch so eine unglaubliche emotionale Bindung zu diesem T4-Bus natürlich, weil der uns wirklich begleitet hat. Der ist einfach … Ist mein bester Freund. Heißt auch Rexi und so. Und langsam, aber sicher, Lothar, gibt er den Geist auf. Ich darf das nicht sagen … Warum machst du das jetzt? Warum? Weil, ich wollte jetzt … No! Hey! Egal, ich rede weiter über diese Kleine. Wir sind dann weitergefahren nach … Nee, warte mal, stopp. Ich hab da das Highlight angeguckt. Warum sag ich immer Highlight? Ich hab im Storyarchiv, hab ich mir die Story angeguckt und da war ich schockiert … Düsseldorf meinst du? Ja, von Düsseldorf. Weil da hätte ich auch jetzt gedacht, dass wir das nie gemacht haben, aber da bist du mit deinem Mikrofon ins Publikum gegangen und hast so zwischen den Leuten performt. Hey, das ist doch voll geil. Ich mag das. Und das ist so, also ich finde, das ist ein übelst schmaler Grad, ob man das macht oder nicht. Weil ich war schon oft dabei und es war so geil und alle sind so voll nah dran und die Sängerin singt und man ist so nah dran und man spürt das so, man wird so mitgenommen. Und dann gibt's aber auch das, wo alle wie so ein Sicherheitsabstand waren und man wie so ein … als hätte man irgendeine Krankheit oder so durchs Publikum läuft und alle so zurückweichen. Ich hab das noch nie gesehen und war so wie, es ist 100% geil für alle gerade. Ja, ich war mal auf einem Konzert im Atomino, ich weiß nicht, welche Band das war und da ist der Sänger so ins Publikum und hat einen so angegroovt. Und ich dachte so, also man musste so zurücktaten und eigentlich so yeah, yeah, yeah. Und naja, das ist auch unangenehm, aber ich wollte trotzdem mal ins Publikum, weil irgendwie kann's auch cool sein. Ja, ich hab auch noch nicht fertig mir Gedanken dazu gemacht. Masha machen das auch Leute im Rap so, auf dem Splash haben wir … Im Rap? Auf dem Splash letztes Jahr hat das zum Beispiel die Rapperin Liz gemacht, das fand ich geil, die hat dann gesagt, hier mach den Moshpit auf, ich geh mit euch in den Moshpit und so. Da weiß man auch, was zu tun ist. Ich weiß nicht, ich hab das noch nie so gesehen, dass ich so war wie … Es ist nur geil. So und ich finde irgendwie, ja, das ist so, das fühlt sich an, als würde die Person aus dem Fernseher zu dir raussteigen. Aber es gibt, wenn zum Beispiel Leoniden, B-Bühne mäßig, Jakob dann im Publikum spielt oder Kraftklub im Publikum, das ist schon cool. Nein, aber das meine ich auch nicht, das ist was anderes. Ich meine, nur der Sängerin mit dem Mikrofon ins Publikum läuft. Ja, man muss so ein bisschen … Ich meine, wenn man Stage steigt als Sängerin, da weiß man, okay, da ist das Publikum, was zu tun ist, wir müssen die Person halten. Tragen, ja. Wenn die Person Moshpit aufmacht, wissen die Leute, was zu tun ist, wir müssen dann zusammenrennen. Aber wenn man einfach nur durchläuft, verstehe ich das … Die Regeln sind nicht klar. Soll ich so jetzt antanzen und bleib? Oder aus dem Weg. Ich bin aber auch … Ja, ich finde das irgendwie … Ja, oder, weißt du noch, da haben wir ein Konzert angeguckt, das war Bring Me the Horizon. Und das ist schon eine sehr, sehr, muss ich einfach mal sagen, eine sehr, sehr kitschige Show. Ja, auf jeden Fall. Und der Sänger mit den krassesten Zähnen auf der Welt, der hat die schönsten Zähne. Ja, die sind auch einfach komplett arschkrank durchgebleacht, also da kannst du wirklich … da spiegelst du dich, wenn du dem gegenüberstehst. Und der hat … Ja, egal, egal wie er es gemacht hat, die Zähne sind wunderschön. Ja, weil der so Vampir … Der weiß, dass die Zähne so schön sind … Die Form von den Zähnen, der hat so außen wie so Vampir-Dinger. Ja, das ist … Und das ist … Nina beißt hat ihre Faust. Nina beißt hat ihre Faust. Und ich … Aber weißt du was bei dem, was ich ganz kurz … Ich finde, das ist eine Person, es gibt ja Leute, die sind übelst schön oder attraktiv, aber du kannst es in einem Foto nicht einfangen. Ist bei ihm so eine … Da gibt es Leute, die sind übelst schön und sind übelst schön in Fotos und es gibt Leute, die sind auf Fotos übelst schön und in echt auch schön, aber nicht so schön wie auf den Fotos. Es gibt verschiedene Sachen. Und bei dem ist so, weil vorher eine Freundin von mir hat gesagt, der ist so hot, bla, zieh den dir mal rein und bla. Und da habe ich mir Bilder angeguckt und war so wie, äh, nee, aber in Action. Und dann live dachte ich so, okay, ich kapiere, wo die herkommen. Das ist schon … Aber die Show war mir auch ein bisschen zu kitschig. Nee, aber ich wollte dir eigentlich was erzählen. Nicht, dass du hier wieder den Hauptweg … Mach ich gar nicht. Wir sind gerade schon wieder den Hauptweg. Ich bin auf dem Hauptpfad. Wir sind links eingebogen, jetzt plötzlich in Richtung Bring me the Horizon und dann bist du nochmal eine Ecke weiter. Wir sind direkt auf der Hauptstraße. Wir sind direkt auf der Hauptstraße. Wenn Leute anders … Ich würde nur ganz kurz, dann mache ich das Bring me the Horizon-Thema zu. Ja. Der hat immer so gesungen und dann hat er so ganz normal gesungen und dann hat er manchmal so ins Publikum geguckt und einfach so gelächelt. Und der weiß genau, wie der aussieht. Hä, ich dachte, du redest jetzt davon … Ich wollte erzählen … Ja, eben. Ich wollte gerade sagen. Der ist dann in den Graben und hat so … Und ist dann immer so in die erste Reihe und da waren übelst viele Menschen und haben alles so übelst emotional mitgesetzt. Sehr emotional. Musik und so … Und dann hat er immer so, von der Frau zum Beispiel, so ist er so nah ran und hat den Hinterkopf, so ihren Hinterkopf mit der Hand, die Hand so am Hinterkopf und dann so die Stirn. Stirn an Stirn. Ihre Stirn an seine und hat währenddessen noch weiter gesungen. Weil das wurde alles mit Kamera übertragen. Also man hat es auf den Leinwänden, ihr bist groß gesehen, links und rechts an der Bühne. Und sie hat so … Und er hat so … So Stirn an Stirn und so yeah und so die Energy und so bla. Wenn ich in der ersten Reihe stehen würde und er würde kommen und meinen Hinterkopf nehmen und so an seine Stirn, da würde ich sagen, lass … Hallo, stopp, ich will das näher. Will ich ne? Ich finde auch … Wie heißt der mit Vornamen? Ich würde sagen … Ich finde einfach, die ganze Show, die hatten auch so zwei Background-Tänzer in und das war so … Das hat überhaupt nicht so gepasst zu der Musik. Also es war alles so ein bisschen … Der heißt Oliver. Der Oliver. Der Olli. Ich würde sagen, Oliver, stopp. Olli, no. Olli, no. Ja. Ja. Okay, Lothar. Mal wieder auf den Hauptweg gehen. Ich wollte gerade nach … Nein, deswegen habe ich doch gesagt, ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass wir das auch gemacht haben, dass so ein Publikum war. Ich war verwirrt davon. Ich glaube, das ist so, was man so ausprobiert einfach mal, weil wir es einfach mal gemacht haben. Vor allem, wenn du ein Kabelmikro hast, ist das halt auch so. Danach haben wir im Kulturclub schon schön in Mainz gespielt. Ein richtig, richtig toller Club. Richtig schön. Da hat uns Louis Ake supportet. Das ist ein Künstler, den müssen wir mal auschecken. Das ist richtig, richtig schön. Richtig schöne Musik. Das ist der Künstler mit dem stärksten Facebook-Game der Welt. Das ist so … Nur wegen Louis Ake bin ich auch auf Facebook unterwegs. Ich hoffe auch, dass er Louis Ake genannt werden will. Ja, wie sonst? Ake oder so. Auf jeden Fall hat er total schöne Single-Cover und so auch. Ja, ganz toll. Ganz schöne Pferde, Kulagen. Er hat uns supportet, das war richtig schön. Und dann waren wir … Der Backstage war gleichzeitig die Bandwohnung. Ich will über den Backstage hören. Und das war einfach … Wir haben dort geschlafen und das war die Hölle. Ja. Weil, es war alles mega nett, aber diese Wohnung, diese Bandwohnung, schrägstrich Backstage, hatte keine Fenster. Aber wirklich … Und die war ebenerdig, aber es war … Ja, alles zu … Ebenerdig und es gab ein Wohnzimmer, ein Flur, ein Bad, zwei Schlafzimmer. Und es hat auch relativ lange gedauert, dass man gemerkt hat … War es komisch war, ne? War es so wie … Irgendwie, ich habe so ein leichtes Drücken auf der Stirn, mir kommt so ein Kopfschmerz rein. Irgendwie ist es so stickig und bla. Und irgendwann war man so … Ja, warte mal. Das ist eine komplett normale Wohnung, aber die hat kein Fenster. Das war so absurd. Da gab es einfach kein Fenster. Das war so … Und dann hast du da so schwitzige MusikerInnen drin sitzen. Also das hat wirklich … Dort hat es gemüffelt drin. Das war … Es ist übelst krass, wie das ist, wenn das kein … Also vor allem, wie lange wir gebraucht haben, um das zu checken, was da irgendwie komisch ist. Ja, weil das ebenerdig war. Man hat das null erwartet. Aber das war wie eine Wohnung innerhalb … Also in der Mitte von einem Haus. Ja. Wo außen alle anderen haben die Fenster und du hast die Wohnung innen bekommen, wo keine Fenster sind. Und dann habe ich mich daran erinnert, das war wie so … Also das war so, dass die Extreme in dem Club wiederum … Und dann gab es eine übelst kranke Lüftung, weil auch da natürlich keine Fenster offen sind oder so. Im Club oder was weiß ich. Genau. Und da hat man gefühlt einen steifen Nacken bekommen, weil da so kalter Wind … Das weiß ich noch. Wir mussten richtig dann so … Wir müssen jetzt aufhören, wieder feiern zu gehen, sonst kann ich mich morgen nicht mehr bewegen. Ich habe einen steifen Nacken. Aber, ja. Ja. Es war … Und ich habe da auch das erste Mal gecheckt, dass es Mainzelmännchen wegen Mainz ist. Da hatte ich meinen Erwachungsmoment. Ich dachte immer, das heißt Heinzelmännchen. Heißt es doch auch. Nein. Es gibt aber die Mainzelmännchen, aber darum sagen die doch Mainzelmännchen, weil die das bestimmt dem Heinzelmännchen … Nein. Natürlich gibt es Heinzelmännchen. Ich glaube, Mainz war so, lol, lass mal die Heinzelmännchen Mainzelmännchen nennen. Und, gibt es Heinzelmännchen … Ja, ich weiß auch nicht mehr, was jetzt mein Erwachungsmoment war, aber gefühlt dachte ich, dass es Mainzelmännchen heißt und nicht Heinzelmännchen und ich das mein Leben lang falsch gemacht habe und irgendjemand hat das an dem Abend auch zu mir gesagt. So wie, hey, ja, lol, na klar, Mainzelmännchen. Und ich glaube, das sind diese im Fernsehen, die, ähm, so, ähm, diese kleinen Cartoon-Figuren, die im Fernsehen immer waren, weißt du? Im Fernsehen. Die in der Werbung Fußball gespielt haben? Äh, ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, und da hatte ich, glaube ich, so einen Moment, wo ich so war wie, hä? Aber was hast du da jetzt … Weiß ich auch nicht. Ich dachte, dass, äh, Heinzelmännchen nicht gibt und es Mainzelmännchen heißt und ich Heinzelmännchen falsch benutzt habe. Und jetzt muss ich … Bei Lotta platzt immer der Kopf bei Sachen, die ich nicht nachempfinden kann. Zum Beispiel war es ja auch so, Bologna, Bolognese, pff, mind blowing. Hä, ja, wusstest du das? Ja, klar. Gauda? Ja, als Gauda ist eine Stadt, das wusstest du auch nicht. Wir waren da zusammen im Urlaub, als wir übelst fertig waren. Nein. Auch mit Parma und Parmesan. Na klar, du warst da dabei. Du warst auch so wie, aha, Bologna, Bolognese. Das weiß ich, dass es dich auch überrascht hat. Du kannst jetzt natürlich cool playen und hier im Podcast sagen, ja, die Lotta und so weiter. Aber ich weiß ganz genau, dass du im Urlaub damals auch … dass es auch neu war für dich. Ähm, komm, wir gehen wieder auf den Hauptweg. Das weiß ich. Wir gehen wieder auf den Hauptweg. Ähm, wir waren in Mainz und wir haben auch auf Tour, ich hab, also wir alle haben immer, machen wir immer noch extrem viel so abgecatert. Also alles vom Catering mitgenommen, weil ich hab zu dem Zeitpunkt in einer WG gewohnt und wir waren froh über jeden Penny, den wir sparen konnten. Und dann konnte ich natürlich immer, also es war natürlich, musste man sich dann, wir haben uns die ganze Woche von Limo, wir haben nur Limo getrunken aus dem Backstage und eigentlich nur so … also ich hab wirklich alles geklaut. Ich hab auch Salz mitgenommen und so. Und Seife, Klopapier, einfach alles, was man zum Leben braucht, hab ich immer mitgebracht aus den jeweiligen Locations. Ähm, und das war dann natürlich oft so, ja, naja, was gibt's, was gab's denn da so … Hey, Salzstangen. Salzstangen und Süßigkeiten. Weil ich konnte das Chili-Sinkane oder die Curry ja schlecht irgendwie mitnehmen. Aber ich hatte schon mich immer vorbereitet, weil, also hätten wir vielleicht eine Tupperware immer mitnehmen müssen, aber ich hatte immer nur so einen extra Beutel mit. Schön immer die Tasche innen mit Alufolie auskleiden. Und dann voll machen mit auch Suppen. Aber auch Suppen, zum Beispiel. Und einfach auch so Gewürze oder irgendwie so Ketchup und so. Und da hab ich immer so ein bisschen so ein paar Basics hab ich auf jeden Fall immer mitgenommen. Ja. Weil ich hab nämlich Fotos auf meinem Handy gefunden, wo ich immer so das Erbeutete dann auf dem Tisch ausgebreitet hab. Ja. Und Fotos davon gemacht hab. Und wirklich war so richtig stolz. Ich hab das dann so sortiert, die Süßigkeiten und so. Je nachdem, was ich abgekatert hab. Und das war auch Gemüse und Obst, also Äpfel, Orangen und so. Ja, aber ich weiß noch, wir mussten dann irgendwann mal, mussten wir alle miteinander ein ernstes Wörtchen reden, weil halt, wenn wir so eine Sechstagesrutsche hatten zum Beispiel, war es sinnlos. Da gab's Leute, die haben halt es nicht vollbekommen und haben am Tag eins übest viel Limo und Zeug mitgenommen. Und es war immer so, dass, also, also. Weil das Auto dann voll war. Ja, das und dass es einfach manchmal Sachen gab, die sind dann halt schlecht geworden. Also eine Banane, die du dann bei der dritten Tour findest in irgendeiner Ritze vom Auto. Und was ich jetzt, glaube ich, gerade gemerkt hab, während ich das erzählen wollte, ist, das war eigentlich ein Learning, was wir viel später gemacht haben. Das, weil damals war's ja wirklich so, wir sind in den Backstage gekommen, manchmal gab's einfach keine Get-In-Snacks. Also da war's ja wirklich wichtig, dass du abkaterst, auch vom Tag vorher, weil du nie wusstest, ob die Person, die am Tag später deine Veranstalterin ist, überhaupt was zu essen für dich gekauft hat. Und jetzt sind wir aber, weil wir so, jetzt ist aber so, dass wir dadurch, dass wir früher so gehandelt haben, müssen, müssen wir uns jetzt dran gewöhnen, dass ja jeden Tag auf der Tour zum Beispiel, es wird jeden Tag diese Getränke geben, die wir haben wollen, es wird jeden Tag die Süßigkeiten geben, die wir haben wollen. Mal mehr, mal weniger, aber es bringt einfach nichts, am Tag eins von der Fünf-Wochen-Tour eine Cola mitzunehmen, weil du am nächsten auf jeden Fall eine Cola hast. Ja, wenn man im Hotel schläft, hat man ja auch Frühstück und früh erst mal ein Getränk. Es ist Quatsch. Und wir haben halt Sachen eingepackt, als würden wir, weil früher haben wir oft in der Location mit Schlafsack und Isomatte gepennt und natürlich war's dann geil, wenn du noch so ein bisschen Snacks, so eine kalte Pizza vom Vortag hast für Frühstück. Und zum Frühstück, genau, und Frühstück, damit du dann Geld sparst, halt auch vom Tag vorher noch eine Banane und Apfel mitgenommen. Aber jetzt weiß ich immer, dass wir so ein bisschen chill, morgen kommst du woanders an und auch da wird's kleine Nüsse geben zum Naschen. Aber so die Süßigkeiten und so, das packe ich schon gerne ein, weil ich dann in Chemnitz einfach, weil ich bin so, ich bin so, für die Kids in unserem Umfeld bin ich die, die immer Süßigkeiten haben. Ja, muss auch sein. Weil ich hab immer, ich steck denen immer so Süßigkeiten zu. Ja. Und die Eltern, die drehen durch. Gestern, Alter, war ich in so einem Laden, da gab es so einen riesigen Eimer, also wie so einen Aufwasch, also so einen richtig großen Eimer voller Süßigkeiten. Und ich dachte so, Alter, wenn ich den kaufe und einem Kind schenke. Den ganzen Eimer? Ja. Alter. Einfach nur, um die, um die, den, den, den Elternteil zu ärgern. Also ne, warte mal jetzt. Zuerst haben wir die Bring-we-the-Horizon-Bubble gegen uns aufgehetzt und jetzt wissen auch noch die Eltern. Das ist, das können wir nicht machen, das ist zu gefährlich. Weil ich sag immer so, ach, das Kind muss doch was essen. Hm, hast der doch mal jetzt hier den ... Ja, aber apropos Süßigkeiten, ich hab, das ist mir letztens aufgefallen, ich wünsche mir immer Süßigkeiten, auch zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu allen Anlässen, die sich anbieten. Und irgendwie, das hat übelst abgenommen, dass man Süßigkeiten bekommt. Ich weiß noch, wir haben beide zusammen uns beschwert, vor ein paar Jahren, zu Weihnachten, da haben wir keine Süßigkeiten bekommen. Weil das gefühlt einfach, das ist so, als wäre man dann raus aus dem Süßigkeiten-Alter, als würde man sagen, dir muss ich hier jetzt keine Packung Gummibärchen mehr schenken. Und ich bin so wie, doch, bitte. Weißt du? Also, kennst du das? Es gibt so vegane Süßigkeiten, die ich ne mag. Also sowas wie Dattel-Quinoa-Bälle oder ... Energy Balls, die mag ich auch nicht. Letztens hatte ich sowas wie der natürliche Kaobonbon und dann war das so eine Fruchtkugel, so eine zusammengerollte Fruchtkugel und ich will halt einfach wirklich ganz normal ... Ein Kaobonbon. Schokolade, Gummibärchen, Chips ... Ja, aber das gibt's ja mittlerweile. Ja, aber dann gibt's dann immer so Vollkorn-Cracker oder so. Ja, aber dann schenk dir ... Oder getrocknete Kokos ... Ja, aber Nina, das Ding ist doch einfach, dann haben dir Leute dir falsche Sachen geschenkt. Das kannst du ja dem Produkt nicht vorwerfen. Oder Schokolade mit Avocado und Sesam oder so ein Kack. Ja, aber das kannst du ja der Süßigkeit nicht vorwerfen, sondern eher der Person, die dir schenkt. Ich will doch nicht, nur weil das vegan ist, will ich doch nicht immer so noch so ein Zeug da reingemischt haben. Weil genau das, das ist das, wo vor alle früher, ich weiß noch früher, als ich nicht vegan war, und wirklich wenig, da gab's nur in Bio-Läden Ersatzprodukte. Und die Ersatzprodukte, die haben mich gegruselt. Wenn wir mal irgendwo essen waren, also früher bei Familien oder so, wo die Eltern vegan ihre Kinder ernährt haben, und dann gab's dann einfach so Vollkorn-Spaghetti mit Linsen-Bolognese und so, das hat mich als Kind gegruselt. Ja. Aber da gab's aber auch noch nicht eine stabile Bolognese, eine stabile mit Käse drauf und das gab's irgendwie nicht. Ja, und wenn's diese VeganerInnen damals nicht gegeben hätten, dann hätten die uns den Weg nicht geebnet. Dass wir dann heute in die Kaufwelle gehen können, uns ein veganes Hack kaufen können, dass wir... Weil ohne Scheiß, Leute, das ist ja der Leitfaden von diesem veganen Foodblog Zucker und Jagdwurst, dass sie sagen, wir machen veganes Essen, was aber einfach quasi auch Junkfood sein kann, was auch richtiges, wie sagt man, Soulfood sein kann, dass man einfach so wie, ja, ich will halt auch einfach nur eine Sahnesoße mit einem Jägerschnitzel und... Hackfleisch, Kartoffel, Sahne, Käseauflauf. Weißer. Und das finde ich, es ist ja, das Problem ist nur, was ich sagen wollte, ist, dass mir gefühlt niemand mehr Süßigkeiten schenkt. Weil die Leute, glaube ich, denken, aus dem Alter ist sie raus, so. Und ich finde, ich hab zum Geburtstag geschenkt bekommen, ein Öl. Du kriegst so Öle geschenkt, stimmt. Und da dachte ich... Aber du bist ja auch die eine, die bekannt ist dafür, dass sie gerne kocht. Ja, und ich mach die beste Vinaigrette der Welt. Aber das Ding ist einfach, ich hab da wirklich, da hatte ich wirklich ein paar Tage dran zu knabbern, weil ich dachte, okay, bin ich jetzt in einem Alter, wo Leute sagen, da schenkt man mal ein gutes Öl. Ich will eigentlich Gummibärchen und, weißt du, und das, nee, das größte Problem war, also zuerst war ich sauer, weil ich gesagt habe, wer schenkt mir ein Öl? So, wie alt bin ich denn? Bin ich 50 oder was? Das ist wirklich ein richtiges Rentner-Innen-Geschenk. Und dann, noch wütender war ich auf mich, weil ich mich übelst gefreut habe über das Öl. Ein paar Tage später war ich so, geil, ich hab ein gutes Olivenöl. Und dann war ich so... Weißt du, da war ich schockiert von mir, da hab ich einfach nur eine Murmelbahn und eine Packung Süßigkeiten. Und dann war ich so, oh, ist das denn so viel verlangt? Schön, dass ich dieses teure Öl habe, das hätte ich mir nicht leisten können. Weißt du, da war ich schockiert. Ey, Lotta, wir reden doch immer darüber, was wir jetzt alles machen können, seitdem wir nicht mehr bei unseren Eltern wohnen. Wo unsere Eltern uns nicht kontrollieren können, so wie voll lange wach bleiben, im Bett Chips essen. Vor allem, als ob wir übelst kontrolliert worden wären. Ja, aber es waren Dinge, die waren nicht so gern gesehen, manchmal so im Bett Chips essen. Aber wir sind trotzdem sehr entspannt. Es gab einfach keine Süßigkeiten und keine Chips bei uns zu Hause. Ja, das stimmt. So, deswegen ist jetzt einfach ein Teil von Freiheit, dass ich sag so, ich bin im Supermarkt und bin so, jo, ich, ja, ich trinke heute zum Abend, trinke ich einen Energydrink, ess eine Packung Chips und mache mir eine fertige Pizza am Ofen. Ja. Wer will mich abholen? Nach dem Zehntelputzen. Und weißt du, was mir noch eingefallen ist? Was ich, wo, also, wo man früher Anschluss gekriegt hat, zu Recht, von den Eltern. Und was ich jetzt einfach ohne und durchziehe, so, ähm, beim Wäschewaschen Taschentücher in Hosen taschen lassen. Was? Aus Versehen passiert mir das, aber ich bin so wie, wer, 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 wer soll mich anscheißen? Soll ich mich selber jetzt anscheißen? Nee. Oder jetzt im Winter, so, wenn man so vier Strumpfhosen übereinander hat und dann noch so übelst viele Socken und dann, dann zieht man das aus und wirft das so, wie das ist in die Waschmaschine. Bei der Nina, die Nina tut ihre Sachen so rein. Du kannst es so hinstellen. Dann kannst du das rausnehmen und stellst es hin, weil das ist wie so eine, das ist wie, als ob du wirklich den Unterkörper von einer Person in die Waschmaschine geschmissen hättest. Und das, da, da, da hab ich jetzt so, da letztens beim, hab ich Wäsche aufgehangen und war so, poh, alter, boah, jetzt hättest du auch mal Jager von meinen Eltern gegeben, ey, wenn die das sehen würden, alter, und dann so, wirklich so, einen Fuß aus der Waschmaschine geholt. Ja. Also die Socken, da waren so vier Paar Socken übereinander gezogen und da noch eine Strumpfhose drin und so. Und, ja, Nina, darf ich dich mal, darf ich dich mal was fragen? Ja, was denn? Ähm, ich hab mich ja, ne, und Podcast-Hörerinnen wissen das, ich, manchmal, da muss ich durchdrehen, wenn ich, wenn's, wir haben schon mal drüber geredet, wie deine Küchenaufteilung ist, ne, dass ich mich da wirklich zusammenreißen muss, dass ich da nicht zu viel dazu sage und so. Ja. Jetzt ist mir jetzt was zu Ohren gekommen und ich wollte dich einfach mal drauf ansprechen, falls dir das zu, ne, wir können das auch gerne noch rausschneiden. Was ist jetzt schon wieder? Und da, da war ich schockiert und da wollte ich dich fragen, kannst du Stellung nehmen dazu? Einfach, ähm, ich hab gehört, dass du, wenn du Socken aufgehangen hast, ne, auf der Welcheleine, Ja, ich weiß gar nicht, was du sagst. Dass du die Socken, bevor du die in deinen Schrank tust, nicht als Paar zusammensteckst, boah. sondern einzeln in den Schrank legst und jetzt sag mir bitte, sag mir bitte, das ist gelogen. Kommt drauf an. Alter! Du tust die einzeln in den Schrank. Manchmal. Warum? Warum würde man das machen? Da krieg ich jetzt gerade, fallen mir die Haare aus. Ich find das so schlimm. Du tust, warte mal, nur du bekommst, dass ich das richtig verstehe. Du trägst Socken. Hm. Dann tust du die erstmal in so einer Zwiebel quasi mit so vier Socken übereinander, so Schichten, wechst du alle zusammen, ne? Manchmal. Machst du dich auseinander. Es passiert, es kommt vor. Und dann, wenn du die aufhängst und du hast jetzt mal, sag ich mal, es sind vier, vier Socken auf dem Wegständer. Zwei davon sind rot, zwei davon sind gelb. Dann nimmst du die vier und wirfst sie einzeln in den Schrank, anstatt, dass du die zusammen machst. Also wer auch immer dir das gesagt hat, ist ein verdammter Lügner. Also stimmt's nicht. Nein, das stimmt nicht. Du machst sie immer zusammen. Die Leute haben es sich ausgedacht. Machst sie immer als Paar zusammen. Warte, merkst du nicht, dass sie einen Keil zwischen uns treiben wollen, die Leute? Merkst du das nicht? Aber du hast da gerade zugegeben. Merkst du das nicht, dass sie einen Keil zwischen uns treiben wollen? Und außerdem musste ich letztens was holen für dich. Da war Nina nicht da und hat gesagt, ja, hol das mal aus meinem, keine Ahnung, ich hab da einen Schrank und da ist das drin. Gefühlt, ja, wir wollten schwimmen gehen, ich sollte da ein Bikini holen. Da bin ich, da hab ich beinahe wirklich, da hab ich den Glauben an den Entscheid verloren. Da bin ich in den Zimmer und hab in Ninas Begeber einen Kleiderschrank bin ich gegangen und dachte so, okay, Bikini, wo wird das sein? Mal gucken, wie ist denn hier die Logistik? Erste Schranktür aufgemacht, hatte ich die Tür in der Hand. Einfach, ne, die Tür in der Hand. Da war ich schon so, hä? Was ist denn hier los? Da drin, eine Mischung aus Socken, da lag auch eine Hose. Dann auch ein Stift, war auch drin. Gar nicht wahr. Ähm, so, war ich schon so, okay, äh, hm, hab ich jetzt noch nicht ganz das System verstanden, aber okay. Zweite Schranktür, mach ich auf, bricht fast raus. Ich habe, ich hab wirklich eine Viertelstunde ein fucking Bikini gesucht und die Schlüpfer und das Oberteil waren getrennt aufbewahrt irgendwo. Ja. Und danach sah es in deinem Zimmer aus, als hätte ich, als hätte ich eine Hausdurchsuchung bei dir gemacht und alle Schubladen rausgerissen. Das macht mich, da gehe ich, da gehe ich nach Hause und brauche Zeit, um das zu verarbeiten, wenn ich sowas sehe. Und wenn ich dann höre, dass du deine Socken nicht zusammen machst, bevor du die in deinen Schrank tust, dann, dann, dann macht mich das fertig. Lüge. Das macht mich fertig. Boah. Den Schrank habe ich selber zusammengebaut und die Türen fallen immer raus und die muss man so ganz vorsichtig ranschieben und darf die auch nicht ganz öffnen, weil die dann halt rausfallen. Ja. So. Aber. Das dazu. Wenn man das zumacht und nicht nochmal anfasst, sieht es in Ordnung aus. Ja. Manchmal, die fallen nur ab. Egal. Ähm, Leute, warum reden wir denn darüber? Wir müssen doch über unsere Bandgeschichte sprechen. Aber auch das gehört natürlich zur Geschichte dazu. Das können wir nicht auslassen. Am 2. 11. 2018 haben wir in Stuttgart gespielt, in einem Club, in dem wir, also dem, dem eigentlich, also es hieß, wir spielen im White Noise. Ich glaube, das White Noise ist eigentlich ein Techno-Club in Stuttgart und dort, wo eigentlich die Partys stattfinden, ist ein ziemlich, sieht so übelst brutalistisch aus, der Club. Ja. So sehr, einfach so Beton. Und das war aber der Backstage und wir haben in einer Bar gespielt, wo wir auf Treppen gespielt haben. Und ich möchte kurz, bevor ich, bevor ich das kurz bewerte oder einschätze, was wir damals, das Konzert von damals, möchte ich nur sagen, so langsam ist es ja auch verjährt. Ne, wenn wir jetzt natürlich Sachen erzählen, die damals uns in einem Club nicht gefallen haben oder so, das kann sein, dass sie das schon längst geändert haben. Ich will auch echt niemanden ärgern. Aber ich muss sagen, dass dieser Auftritt mit einer der schlimmsten in meinem Kopf ist, weil ich so, ich fand das so schrecklich. Ich kann dir das gar nicht, dir geht das, glaube ich, ähnlich, oder? Ich fand diesen Auftritt so schlimm. Aber weißt du, warum das lag? Das lag gar nicht an einem Club an sich. Aber doch, in dem Café, das war schon sehr, also da kann man nicht spielen. Es war unoptimal. Wir haben auf einer Treppe gespielt. Es war sehr hell. Es war taghell. Der Sound war schlimm. Wir hatten jemanden mit für Ton und jemanden für Licht. Ja. Jemanden für Monitor. Aber es war jetzt nicht so, dass man da hätte viel rausholen können. Oh, ey. Das ist, glaube ich, das Schlimmste für mich gewesen. Wir haben ja immer Kopfhörer drin. Ja. Beim Auftritt. In-Ears. Das sind unsere In-Ears. Da hören wir unseren eigenen Mix. Also jeder hat für sich selber gesagt, ich möchte auf meinem Ohr die Gitarre so und so laut hören, die Schlagzeuge so und so laut, mein Gesang so und so laut, damit wir alle das, was wir hören möchten, gut hören. Ja. Und da ist aber natürlich, damit du auch ein Gefühl dafür hast, ob dein Konzert gut funktioniert, ist da Atmo drauf. Also das Publikum. Mikrofone, die ins Publikum gerichtet sind. Das ist einfach wichtig, damit ich höre, die Leute singen mit. Applaudieren. Oder sie applaudieren. Also irgendwie. Und so ein bisschen, weil diese Kopfhörer natürlich einen so ein bisschen von dieser Live-Experience auch ein bisschen trennen, deswegen muss eigentlich trotzdem immer gut Atmo drauf sein. Zwischen den Songs macht man die zum Beispiel lauter, damit man einfach hört, okay, den Leuten gefällt's. Ja. Weil natürlich pusht einen das, wie bei einem Sport oder so. Wenn du angefeuert wirst. Wenn du angefeuert wirst und denen dir zugejubelt wird. Denkst du, okay, cool, es läuft, ich mach weiter. Bei diesem Auftritt wurde vergessen von unserem Monitor-Menschen, die Atmo anzumachen. Und das heißt, wir haben eine Stunde gespielt und ich hatte das Gefühl, die Leute hassen uns. Ich dachte, die hassen uns. Es gefällt einfach niemandem. Es war still zwischen den Songs. Verhalten. Keiner hat mitgesungen. Die Leute haben so ein bisschen höflich applaudiert oder so. Und ich hab das, glaub ich, viel beschissener abgespeichert, als der Auftritt für die Leute war, die den gesehen haben. Ja, da müssen wir mal unsere Freunde von Rikas fragen, weil das war nämlich dann auch Ach, ich glaub, die fanden den auch nicht so. Entschuldigung. Vielleicht mal einen Ton ausmachen. Warum drückst du nicht einfach auf den roten Hörer? Na, weil das unhöflich ist, jemanden wegzudrücken. Du kannst gerade nicht. Ja, aber ich hab ja lautlos gemacht. Ja, aber das vibriert doch die ganze Zeit. Wir können doch. Ja, die waren nämlich da und das war mir auch noch übelst unangenehm, weil ich weiß damals, ich dachte, wir waren so, hey, wir spielen in eurer Stadt, bla, komm vorbei. Und dann hab ich mich so, ich fand diesen Auftritt irgendwie so, ich weiß, das war so ein richtiger Krampf, das so durchzuziehen, weil das auf dieser Treppe war und dann war es da so taghell und dann dachte ich, die Leute hassen uns und dann, oh. Die Konzerte waren aber alle eigentlich gut von der kleinen Tour. Wir haben viele neue Leute abgeholt. Das war ja, wir haben uns wirklich, das Publikum, uns kannte ja niemand. Wir haben da sogar ein Tattoo aufgeschrieben. Genau. Wir haben Publikum erspielt. Ja. Also wir haben, wir sind wirklich in jeder Stadt, in jedem kleinen Club und haben gesagt, hu hu, wir sind blond, hu hu, hu hu. Und wir haben uns wirklich Publikum erspielt. Also in Stuttgart oder so, das ist ja wirklich, ich glaube, viele Leute waren immer da, kannten uns nicht und das hat denen aber gefallen. Ja, so ein Glück. Das konnte man, das hat was gebracht, dass wir da zu Besuch waren. Ja, bei dieser Tag, für mich war es sehr schwierig. Für uns selber fühlt sich das manchmal ein bisschen, wir machen natürlich aber auch extreme Unterschiede zwischen diesen ganzen einzelnen Auftritten, aber die waren, das war alles total schön. Nee, ich will. Also ich meine so die Auftritte an sich. Ich meine nicht unsere Performance, dass die irgendwie schlecht war. Wir hatten ja schon immer Choreo und Blah. Oder das Publikum war auch nett und so natürlich. Aber irgendwie, ich meine nur vom Gefühl, wenn ich an diesen Auftritt zurückdenke, da kommt mir so ein Unwohlsein, weil ich weiß, dass ich mich da nicht so richtig wohl gefühlt habe, weil es halt auch keine richtige Bühne war und alles so. Es war wie so ein Abend voller Kompromisse. Es war so, ihr habt keine Bühne, okay, dann spielen wir auf der Treppe. Das Licht ist nicht so cool, okay, dann machen wir hier mit weißem. Ja, wir haben schon überall gespielt, wir haben sogar schon auf Paletten gespielt. Ja, aber weißt du so, deswegen, da bin ich so, und das tut mir voll leid, weil ich glaube, die sind auch super nett und das ist alles cool und so, oder weiß ich nicht, aber, und ja, ich will da niemandem unrecht tun, es ist auch langsam wirklich lange her, aber ich kann nur sagen, wenn ich an den Auftritt zurückdenke, da bin ich so, hui, huu, weißt du? Ja, auf jeden. Da waren aber die Rikas und es waren Leute von, die Instagram-Seite gibt es leider nicht mehr, die hießen irgendwie Okrastix. Doch, die Seite gibt es noch, aber die posten nichts mehr. Die haben dieses Gemüse, diese Okras, Okraschoten, haben die so übelst in den Mittelpunkt ihres Social-Media-Games gestellt und auch einen Song darüber geschrieben. Ja, und weißt du warum? Weil man mit der Okraschote, aus Gründen, die wir, also das ist ein Mysterium, konnte man ein Smartphone bedienen, so wie ein Stift, ein Stick. Genau, und die haben so ein, auf ihrem Social-Media quasi, wie so ein Start-up war das, haben die den Okrastix als Touchpen beworben. Ja. Und die haben wir in Stuttgart kennengelernt und das haben wir uns dann immer mal getroffen. Die waren so witzig, das waren zwei ganz, ganz, ganz sympathische Mädels, die waren so lustig und ich mochte das auch, die waren übelst selbstbewusst, die sind zu uns gekommen, haben hier gesagt, hey, wir haben ja ein Start-up, Okrastick. Hier ist unser Song. Die haben uns T-Shirts gedruckt, die haben, ähm, die haben uns schon mal einen Okra-Eintopf dann sogar mitgebracht. Einen Okra-Eintopf, es ist eine jahrelange... Weil diese Schote, ich glaube, darum ging es, die Schote ist unglaublich facettenreich. Ja, ja. Und ich kannte Okras vorher nicht. Das ist auch so ein Ding, was man als Veganerin eigentlich dann kennen muss. Ich glaube, diese Schote wird in anderen Kulturen auch relativ oft gegessen, ich glaube auch, dass bestimmt jetzt viele HörerInnen sagen, hey, klar, kenne ich so, aber wir kannten das zu diesem Zeitpunkt nicht und war natürlich sehr... Also in Sachsen ist das nämlich irgendwo drin. Also positiv beeinflusst, äh, positiv beeindruckt von, ähm, dieser facettenreiche Schote. Meinst du, das ist so ein, denkst du, das ist so ein Stuttgart-Ding? Die Schote? Ja, das ist ein Stuttgart, das total viel gegessen wird. Nee, ich glaube leider nicht. Aber die, die waren auf jeden Fall lol. Die fand ich geil. Die waren lustig und da haben wir auch noch Shirts. Trag ich immer noch. Ja, auf jeden Fall. Dann waren wir in Augsburg, äh, in der, oder auf der Soho-Stage. Ja. Ähm, es war auch ein schöner Auftritt, kann mich erinnern, es war so Treppe, Wendeltreppe, schön alles runter, tragen, durchs Publikum auf die Bühne gehen, aber es war irgendwie schön. Ja. Da gab's übelst geiles Essen, haben wir bestellt und Elias, unser Tonmann, hat, äh, Tim und uns, äh, beigebracht, wie man Drum und Bass tanzt. Also wir, ganz kurz muss ich dir auch mal ganz kurz sagen, wir konnten natürlich schon Drum und Bass tanzen. Tim Schell war unser aller Schüler und ich hab das Video nochmal gesehen und ich musste so lachen und ich finde, ich möchte das jetzt nochmal rausholen. Ich möchte Tims Drum und Bass, ähm, Persona wieder erwachen, zum Erwachen bringen. Weißt du? Auf jeden. Weil das sah so geil aus, wie du das getanzt hast. Es ist auch, es ist auch geil, wenn man den Move kann, den muss man eigentlich können, das gehört zum Grund, äh, Grundtanzschritt. Also in Chemnitz ist es sehr wichtig, früher gab's sehr viele Drum und Bass Partys und wenn du den Tanzschritt dazu nicht konntest, da standst du blöd in der Ecke. Ja, auf jeden. Wichtigste ist ja auch immer, dass man einen Rucksack dabei aufhat. Ja, es muss so ein Rucksack sein. Aller, aller, aller wichtig, weil man sich so an diesen Henkeln vom Rucksack fässt. Genau. Und, ähm, ich merke das jetzt immer mal im Club, manchmal kommen jetzt Songs, das ist ja auch jetzt wieder im Trend so, immer so ein Drum und Bass Part. Drum und Bass Part ist, ist geil und da musst du dich bewegen können. Ja. Das ist wichtig. Und dann bin ich die Einzige, die da am Schranzen ist mit dir. Ja. Weißt du, da gucken die Leute manchmal so wie, hä, was geht denn hier ab? Und ich bin so wie, hä, ist Drum und Bass, hier wird geschranzt. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich finde da, da muss auch ein bisschen, ähm, Aufklärungsarbeit geleistet werden in der Tanz, Tanzwelt. Diesen Schritten muss man einfach können. Da stimme ich dir zu. Ja. Wir sind dann nach Augsburg, nach Chemnitz gefahren und haben dann, und das ist wichtig in unserer Karriere, am 16.11.2018 unser Album-Cover geshootet. Ja. Mit unserer guten Freundin Anja Jorleit, über die wir schon oft geredet haben, die jetzt unter anderem bei Power Plus spielt. Die macht auch wundervolle Fotos und die hat da, da haben wir einen Tag bei uns, bei unseren Eltern in so einem Raum, einen Vorhang aufgehangen und alles, was wir hatten, angezogen und dann verschiedene Outfits und so. Und haben unser aller, für unser allererstes Album, für unser Debütalbum, haben wir da das Shooting gemacht. Ja. Und Pressefotos und alles und haben ganz verschiedene, ähm, ganz verschiedene Fotos gemacht. Ja. Das weiß ich noch. Und vor allem, ähm. Single Cover haben wir fotografiert, alles. Was ich dann gesehen habe, ich fand, das war wie so ein, das war wie so ein Moment, wo sich so der Kreis schließt, weil wir ein paar Tage danach hatten wir ein Shooting mit einer Fotografin aus Leipzig, Sarah Storch. Die hat uns damals angeschrieben und war so wie, ey, habt ihr Bock Fotos zu machen? Wir waren so, ja, klar. Die war übelst, ähm, cool, weil die hat halt einfach so, ja, ich hab eine Idee, bla, wir machen das. Sind wunderschöne Fotos entstanden hinten in Chemnitz bei einem Diner. Und das ist für mich ein Moment, wo sich der Kreis schließt, weil das war vor sehr vielen Jahren. 2018? Da haben wir zuerst, genau, 2018 hatten wir zuerst unser Album-Shoot mit Anja Jorleit und dann ein einfach losgelöstes Shooting mit Sarah Storch und jetzt, unser jetziges Album-Cover wurde geshootet von Sarah Storch und wird gesetzt von Anja Jorleit. Wie geil ist das denn? Ja. Da war ich einfach nur so, da schließt sich für mich der Kreis. Genau. Und das Foto ist wirklich sensationell. Also Sarah Storch hat das Foto gemacht und Anja Jorleit hat das alles so gesetzt, dass das am Ende alles an der richtigen Stelle ist, wenn ihr eure Platten aufmacht, wenn ihr sie denn vorbestellt. Sehr gutes Schlusswort, Lotta. Genau. Bestellt unsere Platte vor, bestellt unser Perl-Album vor. Wenn ihr dieses Foto in eurem Schrank stehen haben wollt, dieses wundervolle Album-Cover, ihr müsst wirklich die Platte vorbestellen, Leute. Ja. Weil, ich sag mal so, später, früher oder später, wir werden die dann auch noch signieren und alles, ne? Platten. Das machen wir alles. Es gibt auch Bundles, das sind unter anderem sehr schöne, ich muss jetzt immer Shoutouts geben an die Leute, in einem Bundle ist zum Beispiel eine Perlenkette, an der steht Blond, gemacht von der Künstlerin Left Girl aus Leipzig. Die Kette wird es nur in diesem Bundle geben. Ja. Alter, jetzt hab ich mich komplett gefühlt wie eine Teleshopping-Kerfarin. Und vor allem bis vor zwei, bis vor einer Minute war es auch noch eine subtile Werbung. Ich, ne, aber lass mal, wir haben das den Leuten gesagt, es ist die heiße Phase, es kommt unser Album, das kommt dieses Jahr, Promo geht jetzt los und Promo fahren wir auch 100 Prozent, wir fahren den Promo-Train auch im Podcast. Da müsst ihr euch jetzt einfach dran gewöhnen, es ist mir kackegal, weil, wenn ihr uns unterstützen wollt, ne? Ich sag's wieder, der Podcast ist fucking kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bestellt euch zum Beispiel das Bundle. Oder das Album einfach so. Oder das Album einzeln oder kommt auf ein Konzert. Ich wollte nur sagen, das ist ja auch schön, bei Bandgeschichte spielt das natürlich eine Rolle und das war 2018, da haben wir unser Album-Shooting gemacht und ich find's toll, dass wir damals, ähm, zum Beispiel, ne, also, dass wir auf dem Boden geblieben sind, seitdem, willst du sagen, ne? Nein, das will ich nicht sagen. Ich will sagen, dass, ähm, Anja Juleit macht wunderschöne Bilder, Sarah Storch macht wunderschöne Bilder und ich bin einfach übst froh, dass wir immer noch mit diesen Menschen zusammenarbeiten und wir, also, die haben sich weiterentwickelt, wir haben uns weiterentwickelt. Und dass die alle aus Sachsen kommen, dass die alle aus dem Osten kommen, dass wir da so eine, das ist uns sehr wichtig. Ich mein auch, dass es geklappt hat, dass man nicht so ist wie, ja, jetzt gefällt mir das gar nicht mehr oder jetzt, naja, wir kennen uns gar nicht mehr, sondern es ist so, alle sind gleichermaßen gewachsen und es ist einfach nur geil, dass man immer noch miteinander arbeiten kann und Sarah Storch ist eine fucking Legende. Es ist einfach so. Anders kann man es überhaupt nicht sagen und ich freu mich riesig, ähm, auch da, äh, die ganzen Bilder und so hochzuladen, da freu ich mich richtig drauf. Da kommen noch einiges, würde ich mal sagen. Vielleicht, vielleicht können wir ja, wir haben, vielleicht können wir als Begleitmaterial mal die Fotos von dem Shoot damals in die Story hauen. Das war nämlich ein ganz, ganz geiler Shoot, das sahen wir so geil aus. Ja, wir laden das alles hoch. Ich muss auch jetzt noch sagen, sorry, das ist jetzt Wiederwerbung, aber, oder Ankündigung, ähm, wir haben viele Zuschriften bekommen für, wo Leute gesagt haben, hey, mach das doch als Podcast-Werbung, ja, als Podcast-Merch. Hey, nee, lass doch nicht jetzt ankündigen, lass das richtig ordentlich. Da kommt was. Ja. Lass das richtig ordentlich machen, da kommt was. Nicht jetzt so am Ende. Ich sag so, hey, Leute, ihr habt gesagt, hey, ich hätte das gerne als Podcast-Merch. Nina. Da haben wir gesagt, okay, mach mal, wir lesen euch jeden Wunsch von den Lippen ab, das wisst ihr doch. Und dann haben wir es gemacht. Und es wird kommen. Ja, aber Nina, bitte noch nicht so viel. Ja, ja. Leute, jetzt haben wir ganz schön abrupt, haben wir gesagt, ja, tschüss. Sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz, es war Bandgeschichte Nummer 18, Podcast-Folge 128 und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Hey, sag ich alleine, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Die einzige Struktur in unserem Podcast, die jetzt noch durchbrochen wird, wenn ich reinrede. Okay, hallo. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein, der Podcast von den zwei Zauberschnecken Nina und Lotta. der Formation Blond und kommentiert uns heute, wann und wo uns die Leute live gesehen haben, das erste Mal. Das allererste Mal? Mhm. Ja, das ist besser. Oder wo sie uns das erste Mal live sehen werden. Falls sie uns noch nie live gesehen haben, aber schon Tickets gekauft haben, eine andere Option dazwischen gibt es nicht. Okay, also was war euer erstes Mal blond oder wird euer erstes Mal blond sein? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, habt ein Herz. Es ist Folge 128. Hallo Nina, das habe ich schon gemacht. Wir können jetzt nicht in eine Endlosspirale kommen. Oh, wir sind zur Zeit's Rosewind. Das Rosewind. Ich, ja. Ähm, Leute, macht's gut. Danke, danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Tschüssli. 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 Feliz Navidad. Nee. Feliz Navidad. Nina, nee. Wir können jetzt nicht. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Nina, wirklich nicht. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wir können die Leute nicht noch mehr verwirren. Du machst jetzt eine andere Endmelodie, als die Anfangsmelodie war. Es ist Weihnachten, obwohl wir im Anfang Februar sind. Es langt. Macht's gut, Leute. Ja. Leute, es ist Gehirnjogging. Wir versuchen euch hier nur zu trainieren. Das hat alles seinen Grund. Tschaui. Tschüss.